Liebe Freunde, endlich ist es soweit, die Bundesliga geht wieder los. Und die große Frage ist, wer wird Deutscher Meister? H-h-h-h-h-s-v. Deutscher Meister wird der BVB und zwar, weil sie den Erfolgshunger mit in die neue Saison gerettet haben, wie die Vorbereitung zeigt, weil sie mit Mario Götze den besten Spieler der Bundesliga haben, weil sie den Weggang von Nuri Sahin durch Ilkay Gündogan aufgefangen haben und weil sie mit Jürgen Klopp auch den besten Trainer der Bundesliga haben. Deutscher Meister kann natürlich nur der ruhmreiche SV Werder Bremen werden, weil Marco Arnautovic im Kopf jetzt endlich klarkommt und nicht mehr an die Silikonbrüste seiner Freundin denkt und so 30 bis 35 Tore machen wird. Was ich glaube, Deutscher Meister wird Bayern München. Was ich hoffe, irgendein Anwalt Klopp möge das verhindern. Wer wird Deutscher Meister? H-h-h-h-h-h-s-v. Wer wird Deutscher Meister? H-h-h-h-h-h-h-s-v. Also Deutscher Meister wird ganz klar der BVB. Nach einem verhernten Saisonstart wird Kloppo endlich gefeuert. Nevius Gala kommt zurück und holt Samma als neuen Sechser und dann sehen die anderen einfach kein Land mehr. Deutscher Meister wird der SC Freiburg oder Herder BSC Berlin, weil einfach ein Underdog dieses Jahr die Meisterschaft gewinnen muss. Deutscher Meister wird die 1. FC Kaiserslautern, weil es die Bauern aus der Pfalz einfach mal wieder verdient haben, ganz oben zu stehen. Und mit Gerry Ehrmann haben sie eben auch einen super Torwarttrainer. Wer wird Deutscher Meister? H-h-h-h-h-h-s-v. Wer wird Deutscher Meister? H-h-h-h-h-h-h-s-v. H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Deutscher Meister wird BVB, weil sie sich letztes Jahr extra so zurückgehalten haben, um dieses Jahr alles zu geben. Deutscher Meister wird Leverkusen. goggles Wir sehen uns beim nächsten Mal.